Tag ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um eine Firma Lofuana, die mich angeschrieben hat. Ich kooporiere, bin aber zu euch immer kacken ehrlich, wollte ich sagen. Da gibt es ja auch gar nicht irgendwie eine Form von Rechtfertigung. Ich bin in den Videos zu euch ehrlich. Und das ist jetzt hier gerade auch schon der Abschluss. Ich habe schon mit den Sachen gearbeitet. Und zwar handelt sich das einmal, das erste Video, was ihr sehen dürftet, ist, ich muss jetzt überlegen, Acryl, das Acryl-System. Und zwar waren hier drei so eine Töpfchen, einmal in Rosé, in Clear und in Weiß. Dann gab es zu dem Set eine Pfeile, auf Insta hatte ich das auch gepostet. Natürlich das dazugehörige Acryl-Liquid. Das war auch noch dazu bei. Ne, das kann ja auch nicht halten. Was hatten wir noch? Ein Deppendisch. Hier ist gerade noch ein bisschen Desinfektion drin. Oder Ethanol-Gemisch, was ich für die Polyacryl-Sachen brauchte. Und einen Pinsel, den habe ich schon in den Müll geworfen. Also seid gespannt, warum, wieso, weshalb. Fällt mir gerade ein. Das Ganze kam in dieser Tasche. Ist über Amazon erhältlich. Die Produkt-Links werde ich natürlich ferneshalberweise in die Infobox schreiben. Guckt euch aber bitte das Video dazu in voller Länge an, weil da sind sehr viele Informationen, die ich natürlich ehrlicherweise an euch raus senden möchte. Betone auch nochmal hier, bitte nicht für den gewerblichen Gebrauch nutzen. Mache ich auch nicht, sondern nur für den eigenen Gebrauch. Für die eigenen Nägel, dass ihr Bescheid wisst, okay, was habe ich benutzt? Was ist, wenn eventuelle Allergien dazukommen? Und ja, viel Spaß mit dem Video. Teil 1, Lofuana, go. Ich kann die Präsentation nicht auf meinen Nägeln zeigen, weil ich selber noch was drauf habe. Das heißt, würde jetzt zu lange dauern und ich hätte dann wieder verschiedene Nägel. Möchte ich mir nicht unbedingt antun, aber ich werde die Produkte, wenn sie gut sind, und deswegen benutze ich die jetzt gerade nur für den Eigenbedarf, Eigengebrauch und Eigenbedarf, wollte ich sagen. Also nicht für Kunden, um mich selber erstmal zu vergewissern. Ich checke noch dieses Datenblatt ab, wenn es eins gibt. Ansonsten frage ich hinter den Kulissen nochmal, weil hier sieht man nicht wirklich was drauf. Ich sage es immer wieder, ihr müsst da aufpassen. Es können sich Allergien entwickeln. Hatte ich auch schon mal, habe ich in irgendeinem Vlog auf Miranda Karat auch gesagt, dass manchmal die Liquids ein bisschen falsch angemischt sind oder zu aggressiv für unsere Haut. Und da habe ich auch schon ein paar Mal gelitten. Deswegen nur für meinen Bedarf, wiederhole ich hier, sehr, sehr stark. Und wenn, oder, oder, wenn ihr das ausprobieren wollt, dann wirklich nur auf eigene Gefahr. Ansonsten kann ich euch jetzt nicht sagen, wie das auf meine Haut reagiert. Das kann ich dann erst, wenn ich die Vollmodellage dann mit den Materialien dann bei mir zeige. Ansonsten ist es jetzt wirklich nur eine Demonstration, eine Vorführung, wie ist das Pulververhältnis und, und, und. Ich habe mir dafür durchsichtige Deko-Tipps genommen, mit Absicht, damit man auch die Deckkraft schön sieht. und würde sagen, ich fange erst mal an mit dem Acryl-Pulver. Dafür nehme ich mir immer ganz gerne ein Handtuch. Einmal gab es über die Anfrage, natürlich über E-Mail, ein Acryl-Liquid. Das sind 40 Milliliter. Haben wir hier leider auch keine Angaben drauf. In Deutschland schon. Dann gab es ein Deppendisch. Es gab einen Pinsel, da war schon so eine Schutzkappe drum. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt Kolinski-Haar ist. Ich meine fast ja. Aber ich weiß es nicht. Werde ich euch hier nochmal reinschreiben. Es fühlt sich sehr weich an. Also da, wenn ihr absolute Veganer seid, bitte aufpassen. Ansonsten gibt es die Methode noch mit Kunsthaar. Muss ich persönlich aber sagen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie als Feind darstellen lassen möchte. Mit Kunsthaar ist es dann auch nochmal ein bisschen anders. Der ganze Akt. Also die Pinsel, die ich bisher hatte, die saugen nicht sehr gut. Man kriegt es aber trotzdem hin. Dann hatten wir hier so eine kleine Anleitung. Acrylic Powder and Liquid Kit. Dann hat man, naja gut, mit den Anleitungen weiß ich nicht, ob euch da mitgeholfen ist. Natürlich kann man mit Schablone arbeiten. Ja, aber man braucht eben auch schon Grundkenntnisse. Stand hier jetzt irgendwas noch dabei? Nein. Also bei mir ist es immer so, bei mir kommen Anfragen rein, übers E-Mail-Fach. Und solange wie ich das auf meinen Fingern oder in meinem Eigengebrauch benutze und teste, sage ich meistens immer ja. Ich sage euch aber auch konkret, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich eine Firma schlecht machen möchte, sondern einfach darauf hinweise, auf welche Punkte ihr einfach aufpassen müsst. Und ich würde dieses für den Gewerbestandard absolut nicht empfehlen. bis hierhin erst mal, ne? Aber für den, für den, was habe ich gesagt? Nein, für gewerbliche Zwecke bitte auf keinen Fall das benutzen, ohne dass ihr da ein Datenblatt seht. Wir haben 20 Gramm vom Clear, glaube ich. Ja, ist ja auch schön, dass es nicht drauf steht, weil uns fällt ja schon auf. Hier ist es bunt. Ich würde sagen Clear, Weiß, ebenfalls 20 Gramm und Rosé Clear, denke ich auch. 20 Gramm, es ist meistens immer ein Rosé Clear, obwohl mir die blickdichte Version natürlich besser gefällt, wenn man dann hier so ein jütiges Farbergebnis hat, ne? Ja, dann starten wir. Das ist also das Set. Ich gucke mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ihr müsst den natürlich erst mal reinigen. Wundert euch jetzt nicht, ich habe keine Haushaltstücher mehr und hätte auch, wenn ich nicht so einen Stress gehabt hätte mit positiven Tests, die Gott sei Dank negativ waren, dann hätte ich mich auch um Haushaltsrollen gekümmert. Ihr könnt alternativ aber auch, ohne dass es jetzt blöde rüberkommt, eine Toilettenpapierrolle benutzen, weil der Stoff gleicht dem und ist ja auch sauber. Wir reinigen jetzt erst mal den Pinsel, weil manchmal haben wir dieses Gummi-Arabicum da drauf. Das sieht man daran, dass ihr dann so weiße kleine Bippelchen drin habt, womit die Haare zusammengehalten werden, bevor die in die Halterung kommen. Diese kleine Kappe und damit die Haare natürlich schön gerade bleiben. Der ist aber wirklich sehr, sehr weich. Da ist fast gar nichts drin. Es gibt Pinsel, die sind sehr steif, die lassen sich kaum biegen und die müsste man dann erst mal wirklich sorgfältig durchreinigen. Ich mache das aber und nehme hier so ein Hygienespray für Gerätschaften, Oberflächenreinigung und lasse das kurz mal einwirken. Dann benutze ich alle drei Versionen, nehme mir dafür dann auch drei Tipps, die ich anbuffere, so wie wir das mit dem ganz normalen Naturnagel von uns machen würden. Ob wir eine Schablone anlegen oder ob ihr Tipps benutzt, liegt bei euch. Das demonstriere ich jetzt hier nicht. Eine Produktsache fehlt. Mir sollten eigentlich noch Tipps mit reingepackt werden. Ist aber jetzt nicht schlimm, denn wenn ich Präsentationen mache oder Kooperationen eingehe, will ich das auch zeitnah einhalten. Also es ist jetzt nicht schlimm, dass die Tippbox fehlt, aber es wäre eigentlich noch eine von Lofuana bei gewesen. Nur mal so zur Info. Vielleicht kommt die auch noch später. Das heißt, ich werde mir jetzt einen Buffer schnappen und im Hintergrund die drei Tipps anbuffern. Eventuelle Hintergrundgeräusche sind von meinem Sohn, der sich heute übrigens megamäßig gefreut hat. Ich mich auch, weil er musste ja dann wirklich komplett in Quarantäne bleiben. Mir war irgendwie gar nicht bewusst, was ich überhaupt nur machen darf. Mir wurde einfach nur noch schlecht, als sein Test positiv war. Wenn ihr Interesse habt, der Vlog, der wandelt gerade um. Der dürfte dann zu dem Zeitpunkt aber auch schon auf meinem Hauptkanal, wo ich ja Kosmetik und Vlogs hochlade, alles was so zum Alltag gehört, der dürfte schon zu sehen sein. Ja, und heute freut er sich und ich mich natürlich auch. Weil man da, ich hätte ja alles einstellen müssen. Ich hätte niemanden mehr treffen können, niemanden mehr sehen können. Ich hätte nicht mehr einkaufen gehen können. Wir wären hier zu viert, erst mal 14 Tage eingesperrt gewesen. Aber im Gefühl hatte ich eigentlich, was heißt eigentlich? Mein Gefühl hat mir echt gesagt, das kann nicht sein. Weil ich ja eben auch zusätzlich noch sehr, sehr viele Tests gemacht habe mit dem Kleinsten. Und wir dann auch alle durch und alle waren negativ. Und dann habe ich mir schon gedacht, wird so ein Fehlalarm gewesen sein. Also, beziehungsweise habe ich es mir für uns alle gewünscht. So, die zwei sind schon mal angeraut. So müssten dann eure Naturnägel aussehen. In der Zeit, ich weiß, ich bin ein bisschen durcheinander, reinige ich mal hier von dem fast kaum vorhandenen Gummi-Arabicum den Pinsel ein bisschen durch. Und der ist ja dann auch wichtig für eure Saugkraft. Also, ich würde fast sagen, es handelt sich um Kolinskihaar. Ich weiß es nicht. Kann jetzt hier absolut falsch liegen. Wenn nicht, dann ist es ein sehr, sehr gutes Kunsthaar, welches sich total weich, auch jetzt, wenn ich den so bewege, wäre es natürlich klasse. Weil, wie schon erwähnt, ich habe echt Probleme, Acryl leider Gottes mit Kunstherrchen aufzunehmen. So, ihr Lieben, dann alles steril halten. Die Grundbasis müsstet ihr soweit kennen. Die Fingernägel vorbereitet, Primer, guckt da säurehaltig oder nicht. Braucht ihr noch zusätzlich irgendwas. Und dann benutzen wir hier, ich puste mal kurz rein, dass da keine Staubpartikel drin sind, vielleicht auch mit einem kleinen Tüchlein auswischen, damit das Ganze staubfrei ist. Ich picke mir jetzt ein Loch, werde ein bisschen Acryl-Liquid einfüllen. Dafür nehme ich hier so meinen Bastel. Ja, schön, wenn man nicht weiterspricht, ne? Ganz toll. Fällt mir dann auch immer in den Bearbeitungssequenzen ein. Was ist denn das hier? Cuttermesser. So. Mach mir ein bisschen rein. Ein bisschen, ja. Danke. Und fange dann mit dem Clear an. Also ich denke, das ist Clear, weil wir haben ja nichts drauf. Ich klopfe immer gerne den Deckel, weil alles bewegt sich, wenn Pulver irgendwo landet, gerade auf glatten Flächen. Hier wäre es jetzt nicht so schlimm, aber da wandern eure Geräte wirklich weg. Ja. Ach so, Mensch. Ja, die Pfeile hätte man natürlich nehmen können. Ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu witzig, winzig unterwegs. Ich würde fast sagen, dass das ein gutes, wenn die Produkte gut sind, ein gutes Reise- oder Notfall-Package wäre. Wisst ihr, was ich meine? Weil mit so einer Pfeile würde ich niemals meine Fingernägel befeilen, wäre mir viel zu kurz. Ja. Also ich dippe hier diesen Pinsel, das ist die Nummer 12, ist für mich auch ganz klasse. Mal rein, reinige den Feuer nochmal, klappe mal hier das um, damit man nicht so viel Reinigung oder Desinfektion noch drauf hat. Lass den schön komplett aussaugen und streife den immer ab. Manche wissen auch, ich bin immer so der Wirbelsturm, der dreht seine Pinsel ganz gerne. So sehen sie dann auch nach zwei, drei Monaten aus. Ist eine Macke von mir. Ja. Und dann streifen wir den Pinsel ab und mit der, die nicht abgestriffen ist, gehen wir hier rein und beobachten das Ganze. Nee, das ist nicht Kolinski. Das ist ein Kunsthaar. Bin jetzt schon negativ begeistert über den Effekt hier. Aber sollte man hinkriegen. Sagt uns, sagt uns einfach, ist scheiße. Entschuldigung. Das ist mir auch egal, ob da Produktpräsentationen nochmal kommen oder nicht, aber so, das ist das. So sollte ein Ball nicht aufgenommen werden. Was für ein Ball überhaupt, ne? Da habt ihr nur Reinigungsschwierigkeiten. Man würde es natürlich hinkriegen, aber so kann ich niemandem beibringen, wie man sich Acrylnägel macht. Okay, hier könnten wir. Und immer schön zwischenreinigen. Ansonsten habt ihr wirklich das Problem, dass ihr euren, naja, der Pinsel ist einfach scheiße. Entschuldigung. Ihr wisst, ich kann kein Produkt vorführen, was nicht hinhaut. Ich schäme mich dafür und habe Fremdscham. Ich kriege es hin, aber ich glaube, ein Anfänger würde mit so einer Pinselgröße am Anfang Schwierigkeiten haben, weil ihr hier keine Spannung habt. Das heißt, ihr müsst ganz, ganz fein, ja, schon fast ein fortgeschrittener Profi sein, würde ich mal sagen. Es funktioniert an sich vom Produkt her. Das Produkt mache ich jetzt nicht schlecht, aber in diesem Fall ist es der Pinsel, den ich nicht empfehlen würde aus diesem Set. So, jetzt mache ich mal was anderes. Jetzt benutze ich mal, während das hier liegt, ist auch kein schnellhärtendes. Also das merke ich jetzt auch schon. Das braucht länger zum Aushärten, ist für mich als Eigenschaft auch nicht gerade vorteilhaft. Das wäre jetzt hier ein anderer Kunst-Tar-Pinsel. Der ist von Laveni, Größe 8. den reinige ich mir jetzt auch mal vor kurz. Der sieht natürlich auch schon ein bisschen kaputt aus, aber jetzt zeige ich euch mal das, wo man den ganz klaren Unterschied erkennt. Das wäre ein Bällchen, ne, den man schön ablegen kann und ihr hättet nicht mehr so viele Gebrauchsspuren. So sollte das aussehen. Vom Produkt an sich handelt es sich bis jetzt um ein langsames Liquid, langsam aushärtendes Liquid, was wieder ideal ist für Menschen, die gerade damit anfangen, weil ihr da noch eure Statik so ein bisschen verschieben könnt. Gut, dann schaufeln wir uns mal jetzt hier, kann ich ja meine Fingernägel benutzen, die harten Kügelchen raus, machen den Deckel wieder rauf und gehen über in die weiße Richtung. Das ist ja dann immer mehr so pigmentierter. Die Arbeiten umso pigmentierter die Acryl-Powder sind, desto schwieriger wird es meistens. Eventuell ist jetzt, wenn man eine French-Spitze kreiert, dieser Pinsel vielleicht vorteilhaft, ich weiß es nicht. Aber hier bleibt er auch schon irgendwie, das ist mir alles so zu süffig. Seht ihr das? Also irgendwie. Ja, hier geht es komischerweise mit dem Weißen. Ja, normalerweise würde ich von hinten nach vorne anfangen. Es sei denn, man kreiert jetzt irgendwie einen Baby-Boomer, aber ist jetzt nicht möglich, da wir nur Clear haben. Aber man sieht auch schon, hier setzt sich einfach, dadurch, dass er so weich ist, alles ab. Also der Pinsel ist, glaube ich, hier mein Hauptproblem. Der Rest, der lässt sich ja wirklich gut verarbeiten. Da, keine Frage. Mir zwar zu langsam, aber danach geht es jetzt nicht. Man kann sich ja immer aussuchen, nimmt man schnellhärtendes, mittelhärtendes oder wirklich sehr langsam härtendes Liquid. Natürlich könnte man ein bisschen weniger nasser arbeiten, aber hier diese Reste rauszukriegen, da muss man schon fast zweimal abstreichen. Ich probiere es jetzt mal und ziehe mir mal ein bisschen Feuchtigkeit raus, indem ich den Pinselbauch hier so ablege und lege mir das mal dann an. Ja, das klappt dann definitiv schon besser. Trotzdem bleibe ich bei, der Pinsel ist hier nicht meine erste Wahl in diesem Set, muss ich leider sagen. Nur, ja, was soll ich sagen, nur, ihr müsst die Möglichkeiten selber wissen, ne. An sich ist jetzt hier nichts, wo ich sagen würde, komme ich gar nicht mit klar. Aber das Utensil ist, wie beim Friseur, einfach das wichtigste Element, um da eine Führung reinzukriegen. Genau wie man einen Füller einarbeitet, ja, das haut nicht hin hier. Der schwemmt so auf. Also entweder ist alleine dieses Liquid schon zu aggressiv für diese Haare hier, wo ich dann auch so ein bisschen denken würde, scheiße, ich will ja gar nicht rummeckern, aber ich will ehrlich meine meine Sache hier abgeben und wenn ich dann auch wieder dieses Datenblatt nicht habe, dann ist es für mich einfach auch zu gefährlich, euch das schön zu reden, wenn ich hier so ein paar Faktoren sehe, die gefährlich sind, ne. Ja, also da denke ich mir dann, ja, dann müsst ihr euch nicht wundern. So großkotzig, wie es jetzt gerade klingt, aber dann muss ich einen Shop nicht wundern, wenn man da nicht langfristig bestellt. Es tut mir leid, weil macht ja niemand. Also ich werde den Pinsel jetzt mal weglassen, weil ich damit wirklich überhaupt nicht klarkomme und werde mir das Ganze mal hier noch so ein bisschen ordentlicher anlegen. Also die Deckkraft ist gut, ihr seht ja, man kann nicht durchgucken, alles super vom Farbergebnis, aber der Pinsel, der schlaucht natürlich extrem Zeit. So, und bei dem Pinsel gehen dann auch diese Reste einfach raus. So, dann haben wir hier dieses Bällchen, was wir uns ja sonst immer wünschen, möchten es natürlich auch ablegen und ihr habt hier alles draußen, im Gegensatz beim Abstreifen und guckt euch mal den Schrober jetzt schon an, da passiert irgendeine Reaktion hier drin. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist auf keinen Fall Kulinski-Haar und alles bleibt hier hängen. Also da habt ihr Freude mit. Hier so. Ja, nee, mache ich auch nicht. Ich werde nichts schönreden, was nicht schön ist. Kann ja sein, dass jemand von euch damit super gute Erfahrungen hat und eh seinen eigenen Pinsel nimmt und auf diese Pulver schwört. Kann sein. Und fairness halber Ja, mache ich natürlich jetzt noch die Clear Pink-farbene Version auf, benutze aber gleich jetzt meinen Pinsel, um sagen zu können, ob ich jetzt wirklich hier recht habe und tauche den mal ein. Und ja, man sieht hier, mit der Masse kann ich in einem Stück arbeiten, ja. Das ist genau das, was ich eigentlich dann so brauche. ablege, abstreife und habe den dann sauber. Obwohl meiner jetzt auch sehr buschikos aussieht. Jetzt auch nicht mehr optimal, aber vom Geruch her würde ich sagen, Liquid ist auch sehr aggressiv. Nicht aggressiver als andere, aber es gibt schon welche, die so ein bisschen softer sind einfach, ne. Wo man da nicht so denkt, so die Schleimhäute, die fetzen einen irgendwie weg. Ich denke auch, dadurch, dass meine auch gerade so buschig aufgeht, ist es hier ein aggressives Liquid. Tut mir leid. Die Pulversorten, ich würde wahrscheinlich mein Liquid nehmen, wo ich weiß, da passiert nichts. Aber dadurch, dass jetzt mein Pinsel auch bei einer Kugel so extrem auffloddert und hier sind keine Reste drin, hat das natürlich was damit zu tun, dass hier sehr viel Aggressivität wahrscheinlich stattfindet und da bin ich sowieso absolut vorsichtig. Richten wir mal. Ey, der wird ja immer dicker. Was ist denn hier los? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Huch. So, ich nehme jetzt mal meinen anderen. Ihr habt da gesehen, dass der andere auch sehr platt aussah, bevor ich ihn angefangen habe, ne. Aber so, dass die dann so buschig werden, habe ich ja jetzt auch keinen Bock mehr meine Pinsel hier alle zu versauen. Kante noch ein bisschen schön. Ja, also die Pulver, ey, der öffnet sich jetzt hier auch so extrem. Die Pulver- oder Acryl-Version kann ich nicht meckern. In Verbindung mit dem Liquid und dem Pinsel würde ich sagen, nee. Das wären die Farben, wenn man sich das Acryl-Powder-Set bestellt. Entschuldigung. Ja, härtet extrem langsam. Also hier seht ihr, wenn ich rein kneife, gibt es bei Weitem Liquids- oder Powder-Version, Liquid-Version, sagen wir es mal so, die schneller härten und das würde mich hier extrem nerven. Also ich zeige euch mal, wie lange habe ich denn jetzt hier gebraucht? Hätte eigentlich schon hart sein müssen. Ja, tut mir leid. Also ich bin immer froh, wenn ich schöne Produkte bekomme. Aber wenn dann irgendwas so nicht hinhaut, die Powder kann man mit Sicherheit gut benutzen. Aber so der Rest ist irgendwie ein bisschen unüberlegt und doof zusammengestellt. Ja, was soll ich machen? Also ich habe gesagt, ich bleibe mir jedes Mal treu. Und ja, wer es trotzdem ausprobieren möchte, dem kann ich nicht verbieten. das zu bestellen oder wer es zufällig bestellt hat von alleine, dem kann ich hier, wenn er eine Macke kriegt, dass er seine Fingernägel nicht hinbekommt, einfach nur die Möglichkeiten aufzählen, die ich jetzt hier in der Problematik sehe. Und das wären dann einfach so die Dinge, dass ich das Pulver als gut empfinden würde. Das Deppendisch auch brauchbar. ganz klar. Tut mir den Gefallen und steckt immer Stofftücher oder Papiertücher rein, damit das verdunsten kann. Niemals in den Abfluss oder in den Müll einfach kippen oder in die Toilette um Gottes Willen. Macht euch das Deppendisch immer wieder so sauber und einsatzbereit. Ich sehe auch, da ist unten, klebt da irgendwas, hole ich dann mit dem, na der kann eh weggeschmissen werden, mit dem Stiel hier raus, dann habe ich eine bessere Führung hier unten. Aber ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht zu negativ an, das Video. Ja, der Pinsel wird jetzt auch weggeschmissen. Die Pfeile kriegt Giselle, da freut sie sich bestimmt. Ja, hier muss ich aufpassen, was jetzt hier mit meinem passiert. Den werde ich wahrscheinlich kurz mal wieder, in der Hoffnung, dass er sich wieder zusammenzieht, irgendwie vom Liquid befreien. Ja, und dann würde ich sagen, fange ich mit dem Polygel an. Das wird dann wahrscheinlich im Video kommen, wenn das hier dann zu Ende ist. Weil ich finde es, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, jetzt nicht alles in einem Video zu packen, sonst wären es 50 Minuten. Ihr wisst, bei so Produktpräsentationen bin ich ja immer so ein bisschen genauer, weil ich es selber wissen will, bevor ich da irgendwas als gut empfinde. Trotzdem ist es eure Meinung. und wenn ich was als schlecht empfinde, dann sage ich das natürlich, ja, also Liquid und Pinsel nicht so erfreulich. Sagen wir es mal so. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Vielleicht konnte ich euch helfen. Und ansonsten, bis bald, bis zum nächsten Video mit den Polyacryltuben. die Polyacryltuben.